Für das höfische Protokoll im Vatikan war Johannes Burkhardt von größter Wichtigkeit. Er bestimmte alles Details. Wer darf wo sitzen? Welcher Botschafter muss hinter dem anderen zurück? Das war wie bei dem Streit der Königin vor dem Dom zu Worms, so ging es damals auch zu. Und er hat sich auch ein bisschen bestechen lassen. Es gibt Hinweise darauf, dass er die Informationen über die Skandale, über die prostituierten Partys im Vatikan, an denen er nicht teilnehmen konnte, von den Botschaftern und von den einzelnen Kardinälen erfahren hatte. Und er belohnte sie mit einem besseren Platz. Und sie konnten nach Hause melden, in die heimischen Reiche, ich bin ganz nah dran am Papst.